So, wir spielen mal Triple Chains. So, schauen wir mal hier. So, jetzt um einen Termin hier die Kerle. Das ist ein Knick in der. Eine volle Suppe hier. Das ist ein Knick. Das ist ein Knick. Das ist ein Knick. Das ist ein Knick. Das ist viel zu wenig Gewinne hier, Alter. Zwei Gewinne für 100 Euro. Das ist ein Knick. 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 Das ist ja wieder so normal, weißt du, drückst einmal hoch, allein noch das Zeug wird so ein Leerlauf am Arsch hängen. Yes, das meint ich doch. Das habe ich doch letztes Mal gesehen. Was ist das? Das kann doch nicht sein, meine Güte. Hey, da kriege ich echt einen Horror-Zub dran. Was ist das? Nur zu kurz. Das ist schon dreckig. Nein, guck mal, zwei, vier, sechs, acht, neun Flächen. Ja klar, drei, vier Mal gut, das ist eigentlich nur Standard. Das ist doch ein Witz, Alter. So hat der auch 180 gegeben, dann geh doch einmal da drin, das ist auch 160. Weißt du, was ich meine? Wie gesagt, das ist ja auch immer. Tja, tja. Normalerweise müsste er nochmal voll gehen, nur mit Scheiß. Mit Pflaumen macht er dann voll. Ja klar, drei Stunden Pause, Leute. Ja klar, hier seht ihr das wieder, ja. Kiss, kiste. Kommen wir jetzt nochmal eine volle Wutsche. Klauen, diese Spieler lauen nicht fest hier. Bitte? Die Klauen dieser Spieler lauen nicht fest. Lachen sie durch die Kunst aus dem Bergfall ja nie aus. Aber auch total ekelhaft, ne? Kriegst du eine volle Wutsche, Alter. Der liegt, stopp, ey. Du hast schon wieder kurz zum Exitus gerade, ne? Ja, ja, so. Das Ding können sie auch sparen, mit dem Sport da. Ich glaube, der macht nur ein volles Bild, Digga. Wir haben schon einige gesehen. Du? Ach. So einen Scheiß kann er machen, wenn ich fürchte, 50 Cent. Ich gehe, Alter. Aber nicht auf 2 Euro, Mann. Jetzt fängt er immer an zu buchen, ne? Ja, so, so. Ich wusste es. Boah, da hat er gleich mal die 3,7 Euro. Volle Bremsspur. 3,7 Euro. Meinte. Dann macht er schon ab und zu. Ja. Denkst du, du drückst mal bis 52, dann guckst du mal da mal. Ne. Aber wo noch mal, ne? Macht er gleich sowieso von alleine. Ja, wenn. Ja, wenn. Ist auch scheißegal. Ne volle Messe brauchen wir hier. Ja. Keine Schmutzigen zwei Euro. Jetzt kommt der Schmutzpatient. Boah, weißt du, wenn er so läuft, haut der ja irgendwie noch volle Granate dabei. Es ist plötzlich vorbei, ne? Leider Gottes. Das buchen wir noch mal ein bisschen. Jetzt spüren wir noch ein bisschen. Ja, 104. Geht schon jemand anders. Merkst du das? Ja, vielleicht geht der da hoch. Aber, ey, klar. Ich würde, er wollte jetzt so ein bisschen auf Bilder gucken, weißt du? Vielleicht macht er noch mal eine volle Rutsche. Aber ohne sonst die Birne so runter, hat er noch volle Risiko, wie es mittlerweile ist, das ist schon erbärmlich. So, so kommst du jetzt. Verstehe ich mal? Da hast du nichts kaputt mitgeweist. Das bringt ja nichts. Das ist so. Hm, hm. Wo ist denn? Warte. Meine Meilensläufer. Die Klinge halt. Ich weiß nicht, ich war nicht alleine draußen. Oh ja, ich muss gleich mal gucken. Ach, sauggerl. Ich glaube, der wäre bestimmt mal hochgegangen jetzt. Ja, ich guck noch mal so ein bisschen. Ja, blöd. Ja, ich sag ja, ich guck noch mal. Ja, müsste er jetzt mal voll machen. Jetzt gleich drückst du noch mal, dann geht der vielleicht noch mal 52, aber dann packt der nichts mehr. Wie ist das? So, sauggerl. Da haben wir noch mal, da haben wir 52 gekauft. Ich fühle, er haut da glaube ich gleich noch mal ein gutes Bild so rein. Naja, denke ich auch. Deswegen habe ich auch diese 52er scheiße da angehen. Ja, nur noch 32, das ist normal. Ich habe nur einmal 52 angenommen. Meinst du, er geht hier den Brücker dahin? Wäre ja auch zu schön dann. Ja, okay. Fuck you. So, okay. 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 Die Karte ist schon gedrückt. Ja, ist egal. Die Karte ist gedrückt, Alter. Ja, geh in den Arsch. Das ist mir scheißegal, Alter. 50 Euro muss ich Karte drücken, sonst kann ich diese Nacht nicht schlafen. Ja, aber... Ja, guck mal, der dreht so viel. Das Problem ist, du kriegst keine Gewinne, die klingeln. Verstehst du? So ein 80er oder 64er oder irgendein Pisse. Das ist nur Kleinkram ist. Das ist das Problem. Ich bin Pisslauch. Ich biss dich nur vom Kleinkram hier am Ernähren quasi. Ja, ich bin Pisslauch. Wir haben den Pisse Dialog. Also ist ein Pisslauch. Ich bin Pisslauch. Ja, ich bin Pisslauch. Es ist soll, ich bin Pisslauch. Ich bin Pisslauch. 100 pferd sind für mich gar nicht wichtig ich versuche dann einfach nur mal so weißt du ein bisschen gucken vielleicht machte noch mal zwei 96 klar risikoleiter ist auf jeden fall nicht schlecht klar schimmeln noch viele ab, aber drücken wir jetzt durch das war's diese gewinne kommen gar nicht vor hier so 48 oder 64 oder was war's man tote messe jetzt so 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 Jetzt ist Endstation hier. Ja, das ist normal. Wäre auch zu schön, wenn er jeden Dreher einen Gewinn schmeißen würde auf 2 Euro. Ja Leute, die Messe ist gelesen, leider wird es, aber Abo Wunsch gespielt, Aideano, abonnieren nicht vergessen.